Musik Willkommen zum Wochenrückblick bei C10 TV, BKF, Ihrem Burgenansender. Bei frostigen und eisigen Temperaturen fand in Siegraben die Angelobung von Rekruten aus 12Axing, Bruckneudorf und Eisenstadt statt. Viele Besucher kamen trotz dieser Kälte zu diesem Spektakel. In Siegraben fand die feierliche Angelobung der Rekruten aus den Garnisonen Eisenstadt und Bruckneudorf statt. Besonders zu erwähnen ist, dass es die letzte Angelobung in Anwesenheit von Landeshauptmann Hans Nissel in seiner Funktion als Landeshauptmann war. 170 Soldaten der Heerestruppenschule Bruckneudorf und der ersten Jägerkompanie aus Eisenstadt waren angetreten, um den Treueid auf die Republik Österreich abzulegen. Landeshauptmann Hans Nissel hob in seiner Festrede den hohen Stellenwert des Bundesheeres hervor. Der große österreichische Zapfenstreich der Militärmusik Burgenland musste leider aufgrund der tiefen Temperatur entfallen. Ich gelobe, ich gelobe, mein Vaterland, die Republik Österreich, uns ein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe, den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich und genau zu befolgen und mit allen meinen Kräften der Republik Österreich und dem österreichischen Volk zu dienen. Der Burgenländische Müllverband verkündete in der Generalversammlung, dass zum 16. Mal keine Gebührenerhöhung in Folge geben wird. Am 1. Dezember 2018 fand im Kulturzentrum Oberschützen die Vollversammlung des Burgenländischen Müllverbandes statt. BMV-Obmann Markus Sedinger und sein Stellvertreter Josef Korpitsch konnten dabei den zahlreichen Delegierten einen umfangreichen Tätigkeitsbericht und positive betriebswirtschaftliche Kennzahlen präsentieren. Trotz zusätzlicher Serviceleistungen für die Gemeinden ist es zum 16. Mal in Folge nicht notwendig, die Müllgebühren zu erhöhen. In der Martinskaserne fand der zweite Sicherheitsgipfel statt. Der zweite burgenländische Sicherheitsgipfel 2018 tagte mit Landeshauptmann Hans Niesl und Landeshauptmann Stellvertreter Johann Tschürz an der Spitze in der Martinkaserne in Eisenstadt. Neben dem digitalen Katastrophenschutzplan und dem Assistenzeinsatz des Bundesheeres stand die heuer im April unterzeichnete Sicherheitsleitlinie für die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Inneres und dem Land Burgenland auf der Tagesordnung. Große Teile der Sicherheitsleitlinie sind bereits umgesetzt worden. Für die weitere Verbesserung der Sicherheit wurde beim Sicherheitsgipfel ein Fünf-Punkte-Plan erarbeitet. Das Land Burgenland und die Landwirtschaftskammer einigten sich über die künftige Kooperation und der Finanzierung der Landwirtschaftskammer. Das Land Burgenland und die Landwirtschaftskammer können nach gemeinsamen Gesprächen ein Ergebnis präsentieren. Ein ambitioniertes und umfassendes Bio-Aktionsprogramm, einen neuen Leistungsvertrag sowie eine Vielzahl von Projekten. Ich bedanke mich bei Präsident Belakowitsch für den guten gemeinsamen Weg, den wir in Zukunft miteinander gehen werden. Es waren intensive Verhandlungen, aber am Ende haben wir das Beste für das Burgenland herausgeholt, betont Landesrat Mag. Hans-Peter Toskozil. Nationalratsabgeordneter Preiner und Landtagsabgeordneter Brandstätter präsentierten die Einigung, dass Burgenland zur Bio-Modellregion wird. Der Abgeordnete zum Nationalrat, Bürgermeister Erwin Breiner, Sprecher für Landwirtschaft und ländlichen Raum der ISPÖ im Parlament, begrüßte das gestern geschlossene Übereinkommen der Burgenländischen Landesregierung mit der Burgenländischen Landwirtschaftskammer. Es ist gelungen, eine Einigung zu erzielen, die es ermöglicht, das Burgenland im Sinne einer Modellregion im Bereich der Bio-Landwirtschaft noch weiter auszubauen, zeigt sich Breiner erfreut. Die Fördermittel des Landes werden verstärkt für den Ausbau der Bio-Landwirtschaft eingesetzt. Der Umstieg in die Bioproduktion wird finanziell gestärkt und das Fort- und Weiterbildungsangebot im Bio-Bereich erweitert. Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz lud zu einer Benefizveranstaltung in seinem Büro ein. Zu einer Benefizveranstaltung zugunsten von Burgenländern in Not hat der Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz in seine Amtsräume geladen. Viele Gäste waren der Einladung gefolgt, die mit ihren Spenden Burgenländern in Not helfen sollen. Die Geldspenden der Gäste kommen zur Gänze dem Sozialverein Burgenländer in Not zugute. Christian Brone umrahmte die Veranstaltung im weihnachtlichen Ambiente musikalisch. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Ihr Sozialbereich zur Veranstaltung in meinem Büro gekommen seid. Die Advent- und Weihnachtszeit ist schon vor der Tür. Wir präsentieren jede Woche mindestens drei Adventmärkte, damit Sie einen Überblick über das Angebot bekommen. Beginnen wir mit dem Advent im Dorf in Trasburg. Auch Trasburg veranstaltete einen Adventmarkt. Diesmal wurde der Adventmarkt am Marienplatz abgehalten. Bürgermeister Christoph Haider hielt eine kurze Rede und die Kinder des Kindergartens und der Volksschule sangen ein paar Lieder. Marones, Getränke und Kunsthandwerk wurden angeboten. Auch der Ferdinandos-Orden hatte einen Stand mit Waffeln und Punsch. Es war wieder eine der gelungenen Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft. Gemeinschaft. A new born king to see Barapapampam Our finest gifts we bring Barapapampam To lay before the king Barapapampam Nun kommt die Zeit des Vardens, so nennt man den Advent. Nun kommt die Zeit, in der am Glanz die erste Kerze brennt. Nun kommt die Zeit, in der am Glanz die erste Kerze brennt. Schuhe, der Ovo, Priccio, San, Gospodine, Menemian, 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 Menemian. Nächster Halt ist der Adventmarkt in Fachtenstein. Die Zeit der Bundstände ist angebrochen. Auch die FPÖ beteiligt sich im ganzen Burgenland daran. Diesmal waren wir beim gut besuchten Bundstand in Fachtenstein. Neben vielen Besuchern aus der Ortschaft haben wir auch Landesrat Mag. Alexander Petschnig unter den Gästen gesehen. Beim Adventmarkt im Friedenspark in Hirn war einiges los. Die SPÖ Hirn veranstaltet alle zwei Jahre einen Adventzauber. Heuer war es wieder so weit. Im Friedenspark waren wieder Hütten mit Kunsthandwerk, originellen Weihnachtsgeschenken, Weihnachtsbäckerei, Glühwein und Punsch aufgestellt. Viele Besucher kamen, um die angebotenen Waren zu bestaunen und sich bei Punsch und Glühwein zu unterhalten. Wolfgang Volk und Doris Schröder umrampen die Veranstaltung musikalisch. Slavers, slavers ring. Are you listening in the land? Snow is glistening. A beautiful sight we're happy tonight. Walking in a winter on the land. Gone away is the blue bird. He to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter on the land. Und zum Schluss kommen wir zum Adventmarkt in Schattendorf. Der FPÖ Schattendorf veranstaltete auch heuer einen sehr erfolgreichen Benefizweihnachtsstand. Viele fleißige Helfer haben an der Organisation und dem Aufbau des Standes mitgeholfen. Da auch sehr viele Besucher kamen, war es ein großer Erfolg. Der Reinerlös wurde an eine Schattendorfer Familie übergeben. Die übrig gebliebenen Mehlspeisen und Waren wurden dem Roten Kreuz in Mattesburg für die Tafel gespendet. Twilight loops Wirlo Veddelt Das ist eine Schattend poet. Eine weitere Folge der Islam-Gefrauderschance mit dem Thema die Kafala ist erreichbar. Kafala heißt eigentlich Bürgschaft und zwar in dem Fall für ausländische Arbeitskräfte und für ausländische Investoren in den arabischen Ländern. Also wenn ich, was ich ja gemacht habe, in ein arabisches Land gehe und dort investiere, dann brauche ich einen Bürgen an meiner Seite, der für mich sozusagen haftet. Die Haftung kommt aber nie zum Zug. Und jetzt kommen wir zu den Kurznachrichten. Die Bulgienische Landwirtschaftskammer veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Bulgienischen Obstbauverband auch im Jahr 2019 die Landesprämierung für Säfte, Nektare, Sirupe, Obstweine, Essige, Qualitätsbrände und Liköre. Die Einrichtung kann vom 7. bis 14. Jänner 2019 bei den landwirtschaftlichen Bezirksreferaten und vom 7. bis 10. Jänner 2019 von 8 bis 16 Uhr in der Landwirtschaftlichen Fachschule Ersensstadt vorgenommen werden. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis und klarer Vertrauensbeweis für Robert Malowitsch. So Landesparteiobmann Thomas Steiner stolz zum Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Schachendorf. Malowitsch holte sich bei seinem ersten Antritt gleich 84,45% der Stimmen. Malowitsch ist ein engagierter, motivierter Gemeindepolitiker, der mich das Beste für sein Amt wünsche. Er wird mit Umsicht die richtigen Entscheidungen für seine Gemeindebürger treffen. So Steiner. In Stob fand der Gemeindeparteitag der Volkspartei statt. Als Gastreferent konnte Nordbezirksparteiobmann Nationalratsabgeordneter Niki Palakowitsch beim Parteitag begrüßt werden. Karl Krug wurde einstimmig zum Gemeindeparteiobmann wiedergewählt. Unsere Koalition kämpft seit Jahren Konsequenz für ein Glyphosatverbot. Das Land selbst setzt dieses Gift im eigenen Zuständigkeitsbereich längst nicht mehr ein. Und die Gemeinden werden auf Initiative der für sie zuständige Landesrätin erfolgreich zum Verzicht ermuntert. Das Ziel eines glyphosatfreien Burgerns wurde mehrfach per Beschluss dokumentiert. Ausführliche Berichte und Fehlbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Und im Schluss kommen wir zu unseren Veranstaltungshinweisen. Der Adventmarkt im Schloss Lackenbach findet am 8. und 9. Dezember ab 13 Uhr im Schloss statt. Der Adventsauber Jendersdorf 2018 findet am 7. und 8. Dezember ab 14 Uhr am Mutter-Theresia-Platz im Jendersdorf statt. Weitere Veranstaltungen finden Sie von unserer Seite. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünschen Sie LZMTV, Tim Burngard. Das war es wieder für die Woche. Vielen Dank.